Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 4 Einkaufsrabatt. Aha, Janet ignoriert diese Tradition. Oh, wartet mal. Tim ist wach. Warum bist du wach? Weil du ausgeschlafen bist. Okay, dann geh mal schlafen bitte. Äh, geh mal essen bitte. Reste nehmen. Genau, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Genau, da hatte ich ein bisschen was getan. Habe ich schon wieder total vergessen. Ich bin nämlich jetzt noch hier. Okay, was ist das? Es ist fast soweit. Aha. Es ist fast Zeit für Brenner, ihre Periode zu bekommen. Der Zyklus wird alle zwölf Sim-Tage kommen und zwei Tage dauern. Wenn dann Sim älter wird, sollte er nicht mehr in der Lage sein, seinen Zyklus zu bekommen. Okay. Okay. Früher stehren. Mhm. Kannst du dir eigentlich schon irgendwelche Sachen hier aneignen? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, nee, warte mal. Ah. Wo, 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 wo finde ich denn das jetzt nochmal? Oder geht das bei Kindern nicht? Ah, hier ging das. Genau. Neues bestreben wählen? Nein. Das erstmal nicht. Ah, genau. Ich hatte doch noch, ah, das hatte ich doch auch noch genommen. Merkmale. Zaubertränke. Okay, nee, warte mal. Merkmale. Okay, da ist bei Merkmalen drin. Kein Schweiß. Kein Schwitzen mehr und nie wieder. Dann sind erfüllt nicht erforderlichen Altersvoraussetzungen. Okay. Hitze gewöhnt, Kälte gewöhnt. Blitzputzer. Exhibitionist. Stufe 3. Uh. Nee, das lassen wir mal. Großartiger Erzähler. Sportskanone. Stets willkommen. Wachsam. Okay, wachsam. Das nehmen wir mal. Dann Wasserfest. Wenn im Regen nicht nass. Blitzlaser. Das nehmen wir auch. Und mehr kann ich dann eh schon fast nicht mehr nach. Erhöhte Saugfähigkeit. Loll. Immunität gegen Läuse. Läuse. Brauchen keine Angst mehr vor Filzläusen haben. What the fuck? Was habe ich mir da reingeholt? Eisfest. Okay, also ich kann sowieso nur noch, warte mal weiter oben. Wasserfest könnte ich noch nehmen. Stets willkommen, könnte ich noch sagen. Großartiger Erzähler. Erzählen eindrucksvoll und bessere Geschichten. Blitzputzer. Kälte und Hitze gewöhnt. Dann kann ich mir hier noch was aussuchen. Ich, ja, ich weiß halt noch nicht. Ja. Wuscht. Meaningful Stories. Also eigentlich hatte ich das ja auf Deutsch, aber ist ja wuscht, gell? So, irgendwer ist noch wach. Diego. Was für ein langweiliges Leben. Was willst du denn machen? Liebend Meister in ENFP. Tee. Belohnungsmerkmal. Enthusiastische und kreative, kreative und kontaktfreudige Freigeister. Die immer einen Grund zum Lächeln finden. Aha, okay. Das heißt, du machst jetzt erstmal hier einen Tee. Was machst du hier jetzt? Einkaufsrabatt. Du kannst dir hier mal einen Tee holen, bitte. Und dann kaufen wir einfach mal etwas ein. Ich weiß bloß noch nicht was. Hm. Was haben wir hier? Ach ja, genau. Wir haben ja dieses neue Ding. Ottomata. Im Auge der Wissenschaft. Hm. Komfort. Oberflächen. Sanitär. Was ist das? Bewertung des Wasserverbrauchs 1. Zuverlässigkeit. Okay, Hygiene. Was haben wir denn hier Neues? Nicht wirklich was, gell? Wasserballoneimer. Wasserballoneimer. Außerdem muss das mindestens 500 Simoleons kosten. Deko. Ah, Wicked Kondom. Was ist das? Feuchttücher. Frischmacher. Okay. Juristische Fallakten. Was ist das? Tampon und Binden. Bindenpackung. Tamponbox. Ach ja, ich hatte das doch bestellt, oder? Das muss doch mal irgendwann mal ankommen, oder? Hier, oder nicht? So, das geht wieder mal nicht so weg, wie ich mir das vorstelle. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Beleuchtung. Beleuchtung. Ladenlichter. Elektronik. Genau, wir könnten uns eigentlich einen neuen Fernseher auch kaufen, gell? Lagerung. Lagerung. Oder was ist das? Rosenspind. Überdurchschnittliche Größe. Kommode. Genau. Die werden wir... Was kostet die denn? 470. Scheiße. Die ist zu billig. Echt jetzt? Echt jetzt? Wir brauchen eine neue Kommode. Wir kaufen uns einfach eine neue Kommode. Also, wir wollen einfach hier Oberflächen... Luxuriöse Zauberstab-Vitrina. Ich möchte gerne... Mega-Regal. So... Okay, das geht jetzt nur hier Ding, oder was? Aha. Also, wenn wir so weit runter, kann ich das gar nicht setzen. Glaube ich. Schau, hier so tolle Sachen. Die muss man doch da oben behalten, oder? Boah! Okay, dann Kasten hier, den kann ich da nicht drauf tun, aber so. So, dann... Verkaufen wir den hier einfach mal und dann wollen wir Lagerung. Einen neuen Kasten. Hier 625. Äh... Es ist irgendwie so dunkel. Wir nehmen das hier. So... Ha! Erfolgreich! 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 Bei ihr auch. Und er ignoriert's. Okay. Gut, dann haben wir das mal gemacht. Du holst dir jetzt gerade deinen Tee. Brianna, was ist mit dir? Ja. Du müsstest mal aufs Klo. Warte mal. Äh, wo gehst du hin? Ich hab keine Ahnung, gell? Hier, Taschenduch suchen, Taschenduch suchen, in die Waschmaschine stecken, bitte. Bei das. Was war das jetzt für eine Info? Oh! Du musst in einer Stunde zur Arbeit? Nein! Nein, 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 nein. Du gehst sicher nicht zur Arbeit. Du musst noch... Behandlung der Unfruchtbarkeit. Periodentrecker überprüfen. Okay. Das machen wir gleich mal. Urlaubstag nehmen. Elf Tage haben wir schließlich noch. Tim ist zur Schule. Warte, sprichst du mal kurz ab dann? Wäsche... in den Wäsche... in die Waschmaschine geben. So. Who is that? Wants to enjoy this moment a little longer. Du wirst jetzt fleißig lernen. Was ist mit dir eigentlich? Musst du zur Arbeit? Du hast noch... Du hast... Oh, du hast frei. Du hast frei. Okay. Hatten wir hier nicht irgendwo ein Instrument? Eigentlich? So ursprünglich mal? So. Dann verbessern. Waschzusatz hinzufügen. Eine Blume. Und zwar ein Rosa. Aha. 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 Vermisst abzuhängen. Neugierig auf Gruppen. Läsche waschen. So. Genau. Du bist da unten. Du kannst hier jetzt auch mal Reste nehmen. Rückzahlung erhalten. Es ist eine Rabattmarke im Wert von 94 Simoleons eingetragen. Ah, okay. Rabatttag. Hey, wo bist du denn jetzt hin? Ach, du gehst jetzt aufs Klo. Okay. Dann geh erstmal aufs Klo. Die heutige Post wurde zugestellt. Oh, toll. Spülen. Toilettenstreich. Okay. Ähm. Du gehst jetzt mal die Rechnung bezahlen. Dann kannst du hier gerne Reste essen. Du kannst. Was ist überhaupt? Ein Kamillentee. Genau. Du holst dir dann noch einen Kamillentee, bitte. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, ob ich hier... Ich habe doch hier normalerweise irgendwo eine Ding gehabt, oder? Oder habe ich die eingesteckt? Oh, gut. Ja, was ist gut. Was ist das? Ich habe da noch einen Kamillentee. Ich habe mir gerade mal einen Kamillentee, weil ich das nicht abonnt. Ich habe da ... Was ist das? Oh, ja. Warum? Ich habe da. Ich habe da. Was ist das entirei... Gott ist ja noch. wegwerfen wegwerfen keine ahnung wenn die leute dir vertrauen bringen dann hören sie die zu nein ich will keinen anderen job erst mal die kleine maus ist wach und sie stinkt flugzeug origami hat sich in der kunst das papierflugzeug fast uns geübt und kann es kaum abwarten sein eigenes ultraschall modell auszuprobieren ist bereits mit seinem arbeitsblatt fertig und die vertretung sieht nicht hin vielleicht ist das genau der richtige zeitpunkt flugzeug werfen so mal gucken oje 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 warte mal was machst du denn eigentlich du machst ja noch viel zu viel die kleine weint ja du musst die kleine dann trösten und dann musst du ist die wäsche schon fertig naja tatsächlich und dann wird die kleine alina gebadet alina baden ja das flugzeug von tim macht drei halbe loopings und eine fass rolle aha bevor es auf dem pult der vertretung landet komischerweise sieht die vertretung ist immer noch nicht was zum gummipunkte bei seinen klassenkameraden verschafft aha okay aha du magst keinen kamillentee oder ist die einfach schon zu kalt geworden das kann natürlich auch sein da ich kein kamillentee essenskoma okay passt plündern wegwerfen bitte was ist jetzt mit dir geht eine kleine trösten was bist du denn für ein papa sprechen und mit dir die kommt einfach runter du räumst du es weg du gibst hier die janet rein bitte erdnuss gelee sandwich und die andere kleine die hat auch hunger oder papa kommt schon gelder papa kommt schon so du setzt die kleine hier ab essen geben sie wartet auf der treppe so gefühl erhalten es ist so lustig mit dir ich verbringe wirklich keine zeit mit dir und hoffe dass es dir genauso geht wie süß das ist seine eigene tochter sinnprofil größere nähe durch glückliche erinnerungen so was ist mit dir jetzt ich möchte ich baden eigentlich alina ich glaube wir sehen jetzt an die alina gleich komplett nackig warte ich ich immer in den dingens eigentlich habe ich mal meinen mein ding mod habe ich eigentlich rausgegeben hatte wir sehen das gleich okay sie ist immer noch verpixelt sehr schön jen sie ist weniger verpixelt als ohne dem mod ich glaube der mod ist ein bisschen buggy ich müsste den mod glaube ich mal aktualisieren so was willst du nach sechs fragen ja dann kannst du hier gerne die katze mal bürsten und abknutschen küssen du kannst das gerne mal essen aufs töpfchen gehen nie brauchst du nur nicht sie ist das nicht warum nicht sammer okay was hat die ampel zu dem auto gesagt nicht hinsehen ich bin dabei mich umzuziehen habe ich dich zum dachten gebracht nee nee okay warte mal als stopp mit der kleinen warte 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 stopp 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 was machst du machst du absetzen alina bitte warte warte räum das mal hier weg du hast die katze ich schon beglückt auf räumen oh schau mal dingens ist da klopf klopf romantisch freundlich herein bitten begrüßen kann ich dich nicht begrüßen claire überprüfen wir überprüfen claire jetzt erst mal was, zur Arbeit gehen wieso ist dir das eigentlich so langweilig hier, warte mal, Essen geben rauslassen Essen geben Erdnussbutter-Sandwich wieso frisst sie das nicht was soll denn das warte Essen oh Gott Moment Warte mal, wir müssen hier jetzt erstmal Erziehung Kinderbetreuung Nein Aktionen Alter, kannst du die hier nicht zurechtweisen oder was? Die Leviten lesen hier trösten die Leviten lesen so nicht, meine junge Damen meine Damen Es wird nicht mit dem Essen gespielt Habt ihr mich verstanden? Moi Es ist so putzig Es ist so putzig Okay, warte mal Du kannst ja auch mal ein bisschen mit Claire reden und sogar Warte mal Andere Sims Beikicken mit Mach mal einfach Beikicken mit Claire oder sowas So, was ist mit dir? Du müsstest schon dringendst Pieseln Okay, wir brauchen unbedingt eine neue Bude Kacken Ne, das müssen wir nicht Ähm Genau Sie hat fertig gegessen? Nö, eigentlich nicht Aha, okay Hygiene Warte auf Schlange Beikicken Hast du schon fertig gegessen? Okay, warte, 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 warte Stopp Rauslassen Und dann wirst du das einfach fertig essen So, du fühlst dich eigentlich voll happy, gell? Sich innerlich großartig fühlen Big ein Häufchen machen What the fuck? Was bist du denn für einer? Schwangerschaftstest machen? Nee Ähm Hier, du wirst ihn jetzt in den Trockner geben Aha Aha Und den Trockner einschalten Und hier muss ich mal Hier, Wolframtrommel So Also du bist Innerlich Fühlst du dich so toll? Unglaublich So, können wir irgendwie die Hausaufgaben hier weggeben? Hoppala Weil die würden mich Die würden mich nämlich schon ziemlich stören Oder sie stören mich schon ziemlich Ähm Weil man kann ich die nicht irgendwie verkaufen oder so? Hier verkaufen Weil die gehören ja nicht mal hierher So So Kannst du mit mir irgendwas machen? Attraktivität Mit fremden Rieden Versuchen vorzustellen Alter, sie ist voll genervt von der Kleinen hier Aktionen Simprofil in Runde Okay So, was machst du? Tim ist mit seinem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt Der Abschließung bringt Erhöht den schulischen Fortschritt Oh Oh, braucht Vergnügen Blase Okay, warte mal Du kannst jetzt erstmal hier Aufs Klo gehen Verwenden Duschen brauchst du dann erstmal nicht Und dann kannst du Keine Ahnung Deine Void-Kreaturen Ähm Ähm Meduzo 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 willst du dann einfach erstmal hier mal machen Dann Janet hier absetzen Wieso willst du Janet hier absetzen? Äh Gute Noten Okay Du kannst dann dein Projekt mal hier rausholen Hier So rausholen Und dann zusammen nachher mit deinem Papa machen Okay Claire Was haben wir hier? Sim-Profil Absolute Verehrung Jäger machte nur das Beste für Claire Und findet sie einfach wundervoll Okay So, was ist mit dir eigentlich? Ah, du badest jetzt Okay Sehr schön Das finde ich toll Dass du das von dir aus schon machst Nein Es ist kaputt Wieso? So Du kriegst jetzt ein bisschen Spaß Bevor wir hier Hausaufgaben zusammen machen Ich finde das so toll Das ist so ein tolles Familienleben Irgendwie Aber du hast durchgehend immer irgendwas zu tun Ich meine mal abgesehen davon Dass ich beide Kids irgendwie in die Badewanne reinstopfen würde Aber das geht hier leider nicht So Ha Reparieren Ja, leider Gottes ging das nicht, gell? Schau, sie wird gebadet Das ist so toll Und meine Liebe Hast du eigentlich noch irgendwas zum Lernen? Ja, du hast noch jede Menge zum Lernen Fantasie Kommunikation Denken Denken Meine Liebe Denken Dann wirst du dich erstmal hier hinsetzen Ja, ich weiß Du bist von oben bis unten nass oder so Die ist so langweilig Ich weiß Du hast die ganze Zeit was mit deinen Kindern irgendwie zu tun Aber die ist so langweilig Ähm Denken So, was ist mit dir los? Wieso weinst du? Fremde Gefahr Oje Windel benutzen Oh Ne, nicht Windel benutzen Warte mal, wir haben doch hier ein Töpfchen Oh Claire, bitte, bitte Setz mich bitte aufs Töpfchen Bitte, bitte, bitte Bitte Hilf mir So, haben wir hier jetzt nochmal Wäsche trocknen? Wir haben hier keinen Müll bekommen Das ist kacke Das ist kacke Okay Okay Wenn du das hier Keine Ahnung Was du jetzt vor Mein Lieblingsgericht Wird gleich aus Was? Wäsche machen In Waschmaschine stecken In Waschmaschine Äh Wird gleich ausgestrahlt Also sollte ich nach Hause gehen Danke dir, dass du Zeit genommen hast Okay Und die Kleine sitzt jetzt auf dem Töpfchen Tatsächlich Auf Wiedersehen Tanzen Kommt dir das nur so vor Oder ist er ein bisschen dicker geworden? Der Hund kommt rein Okay Gut Ich würde mal sagen Ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen Oh, warte Hier noch schnell Waschzusatz hinzufügen Eine rosa Dann Wäsche waschen Dreckig und feucht Tja Ausräumen und absetzen Alessa Nein Wir wollen hier nichts anfangen Bitte Dreckig und feucht Wäsche ablegen Wäsche machen In Waschmaschine In Waschwanne Ich habe keine Waschwanne mehr Ach ja So Kannst du mit der Kleinen Vielleicht hier irgendwas machen? Sie lernt Im Stehen Die Abstimmung wurde beendet Körperliche und geistige Bewegung hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten und tritt sofort in Kraft Wunderschön Das heißt Oh Genau Tim Du bist ja auch noch da Wie wär's Wenn wir zusammen jetzt Beginnen Vorsichtig zu arbeiten Levelaufstieg Kreativität Hier hingehen Oh je Kleine Maus Was ist denn los Äh Warte 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 Trösten Leviten Lesen Kennenlernen Geschichte Geschichte erzählen Trösten Knudeln Oh Wir müssen doch die kleine Maus Eigentlich wollte ich doch aufhören Hier Liebe von dem Armen Oh Mausi Es ist doch alles gut Ja Es ist alles ist gut Alles ist gut Jo Schau Jetzt bitte ich schon wieder Hier glücklich Kinderbuch lesen Weißt du was liebe Maus Setz dich mal hier hin bitte Und lass mich das mal hier sauber machen Und du kannst hier ein bisschen spielen Kacken Kann diese Interaktion nicht an einem kaputten Objekt durchführen Reparier es zuerst Säubern Das ist sicher nicht kaputt Das ist einfach nur bearbeitet Warte Du mein Lieber Du musst hier bei Projekt helfen bitte Dass du was mit deinem Jungen zusammen machst Wieso kriegst du schon wieder Hä Was ist denn jetzt los Denkfähigkeit erorben Oh Mein Kind fängt an zu denken Sehr schön Ähm Dass wir das einfach mal weggeräumt aufräumen So Und der Kleine macht das dann einfach wieder Sehr schön Und du Kannst du da zusammen irgendwas machen Nee Command Center Kleinkind überprüfen Mehr Auswahl Essen aus Inventar Bitte und danke Entschuldigung zu sagen So Versuch mal ihr das beizubringen Irgendwie So Und du kleine Maus Sex Sex Makua und Lilia haben Sex Oh Selbstständigkeit Diese Nachricht Diese Nachricht sollte ich über die Möglichkeit Informieren Einstellungen im Zusammenhang mit der Sexualautonomie vorzunehmen Aha Okay Ich weiß nicht Ob ich diese Nachrichten überhaupt haben möchte Aber mal gucken So Du bist verspielt Okay Ähm So Ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen Wir sehen uns natürlich dann in einer weiteren Folge wieder Diese Woche Und ja Bis dahin sage ich aber erstmal Ciao Ciao